Schönen Tag Wir sind aus dem GD-Vokzale und sind in den Zentren. Wir gehen direkt. Kudden wir gehen. Hier sind sie ihre Tramvay. Ich hoffe, dass wir sie noch auf dem Weg sind. Das sind wir auf den Weg von Adolf. Ich habe nicht gesehen, ich habe nur die Bilder. Gehen wir nach dem Motto. Wir haben etwas Interesse. Wir müssen dort spunnen. Wir haben, glaube ich, versucht es zu spunnen. Wir gehen. Es geht nach der anderen Seite. Wir gehen hier. Und da sind wir mit dem Motto wir waren dort jetzt пойдем вот туда вот вниз вот мы спустились к речке вот мост на котором мы были вот 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 вот